Und willkommen zu diesem neuen Video. Ich wollte mich nochmal bedanken für das letzte Video, weil ihr schon 13 Abonnenten, ist wenig, aber für mich schon nicht gut. Und wie viele? 14 Likes habt. Danke für mich. Ja und wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht, oder ich schließe jetzt die Fragen vor. Kannst du mich grüßen und geht Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Wahrheit und ich grüße dich, Fakir Goethe. Und mit wem warst du zusammen, ist die Frage. Und ich war mit vielen zusammen, auch mit Mann, ja. Aber meine letzte Beziehung war tatsächlich vier Monate. Die nächste Pflicht ist von David, david.h. Drei Minuten gepostet. Und er hat geschrieben, renne unter 15 Sekunden hin und her bis zum Ende. Wenn ich jetzt mal machen will. Okay, also wir fangen von hier an und enden wieder da hinten. Da, wo jetzt so gesagt, dieses kleine Muster ist da so bei der Mülltonne. Die Strafe weiß ich nicht, was ich machen muss. Und... Zurück! Oh Gott! Das war nicht getan! Ja! Also, die nächste Frage ist von BibiForeverForever. Das hat sie vor zwei Minuten gepostet und sie hat geschrieben, Soraya Queen, sing mal was und kannst du mich grüßen? Heißt sie... Ich grüße dich, Eleonora. Ich grüße dich, Eleonora. Und äh, ich kann singen, das möchte ich aber nicht, weil es mir unangenehm ist. Wenn dieses Video, ich übertreibe jetzt vollkommen, 50 Likes bekommt, dann singe ich. 27 Likes, äh, nein, bei 26 werde ich was singen. Aber nur so eine kleine Strufe, das wird dann so als Mini-Video gepostet. Ja. Ähm, die nächste Frage ist, ähm... Die nächste Frage ist wieder von BibiForeverForever. Und sie hat geschrieben, kannst du tanzen? Ja, ich kann, also ich kann jetzt nicht so tanzen. Ich kann nämlich nur schaffeln, aber ja. Ich kann es nicht gut, aber ich probiere es jetzt. Okay, das ist so. Haha, 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 haha. Die letzte Frage ist, ähm... Hat David vor 18 Sekunden geschrieben? Äh, kannst du mich grüßen? Und ich grüße dich, David. Und ja, die letzte Frage ist von Fuck you Goethe, vor einer Minute. Und sie hat geschrieben, Mama oder Papa Kind. Ich bin ein Mama Kind, weil mein Papa da wohnt weit weg. Und den sehe ich halt nicht so oft. Hast du auch vorgegriffen? Okay. Das war's mit dem Video. Und ich hoffe, es ist heute euch gefallen. Denkt an die 26 Likes. Dann singe ich so ein kleines Video, äh, so. Dann singe ich so eine kleine Strophe. Und, ja, hinterlasst gerne so einen Daumen nach oben, dass ich später mal mein Promiflash bin. Und, ja, abonnieren, kommentieren und Daumen nach oben geben.